Ja, die Falltür ist auf derselben Seite angebracht, wie wo die Leiter ist. Dann pack die an. Ja, so. Ah, okay. Wenn du die Leiter lassen würdest, könntest du, wenn du hier einen Block dran machst, könntest du die, wenn du auf der unteren Hälfte des Blocks platzierst, kannst du die, äh, äh, also kannst du die halt auf die untere Seite platzieren. Ne, ein bisschen tiefer zählen. Ja, ja. Ich wollte nur gucken, ob das auch geht. Ich mach jetzt erst Bauabnahme. Also. Ich hab schon wieder vergessen, wo er ist. Das ist ja witzig. Bist du bei X minus 1000, was? 1136. Immer diese Leute, die sich nicht zurechtfinden. So war es nicht. Irgendwann muss ich mal einen echten Weg runterbauen hier. Ja. Oha, da hinten ist ja auch ein Haus. Und da hat jemand ein Grundstück gemacht. Das Grundstück ist, äh, Julia Trin und, ähm, das andere Haus, was du meintest. Obwohl, warte, ich guck lieber mal. Das große, ne, keine Ahnung, wo das gehört. Warte, ich hab gar keine Ahnung. Aber da vorne, das, was du hinterm Baum siehst, das ist, glaube ich, ne, warte, ich guck zur falschen Seite. Da, das da, wo du die Glaswand siehst, das gehört zu Exterior. Alter, das ist ja in der Nähe vom Dorf, ne? Ja, da geht's in Richtung Dorf, auf jeden Fall, ja. Oh, das sieht aus. Bauen wir mal unsere Treppe um. Okay. Muss anders werden, das passt so nicht. Nicht symmetrisch. Das muss anders werden. Soll ich jetzt Bäume fällen? Nicht bei mir am besten. Ne, ne, ich hab einen eigenen Forstwald aufgemacht. Aufgemacht? Kannst du auch da los wollen? Studier's quasi. Naja, ich hab einfach mal gesagt, das sind meine. Hab da bis jetzt dann immer nachgepflanzt. Ja, würde ich bei mir auch machen. Nenja, ich hoffe, du hast was zu essen, wenn ich gleich bei dir ankomme. Er hat ein Brot. Ein Brot hat er mir gegeben, ja, das hab ich auch noch. Ich hab auch noch einen Schnitzel, ich bin gerade voll, also kann ich dir auch das Schnitzel geben? Ansonsten Ansonsten kannst du ja über den Berg bei mir vorbeischauen. Ich hab ein bisschen mehr. So wichtig, hier ist ein Haus. Meins, gezeichnet Julia drin, okay. Wollen wir mal gleich was rausnehmen hier. Wer wohnt hier? Die haben Antrax, die könnte ich mir mal nehmen. Die Sturz wohnt hier. Oh, sie hat das Spiel gerade verlassen, das passt ja, wunderbar. Ja, dann musst du ein bisschen weiter. Bei Hinessturz, äh, falsche Tür. Bei Hinessturz musst du ein bisschen weiter. Welche Richtung? Äh. Äh, äh, also wenn du, wenn du, wenn du eine Linie vom Strand und Dorfplatz machst. Ach, ich hab doch keine Ahnung, wo der fliehen ist. Also in das Landinnere. Oha. Hm. Wo warst du noch bei Z? Was für deine Position? Meine? Ja. Minus 481. 400. Wie baue ich mir ein Bett? Dein Kopf ist leer. Ähm. Drei Holz. Drei Wolle. Und da drüber drei Wolle. Was hast du denn hier Schönes? Oh, du hast ja hier Gammelfleisch. Ich, ich nehm dir mal ein bisschen Gammelfleisch ab. Wenn du nix dagegen hast. Nö. Kann man das essen, ja? Ja. Minus 400 oder Plus? Minus, ne? Minus, ja. Das ist, äh, beim Partyhaus und dann hinter dem Berg. Richtig, den Prof sehe ich schon. So. Partyhaus, meine ich. Habt ihr natürlich auch was mitgebracht? Hier so ganz nett, wie ich ja bin. Wo bist denn du? Da bist du ja. Da. Hey. Oh mein Gott, du kotzt Blumen. Die kann man daraus sehen, oder? Kannst du aufstellen, ja. Warte, du brauchst mal einen Blumenpott, oder? Ne, das kannst du, also Blumenplopf oder eben halt einfach so in den Rasen reinstecken. Ja, oder so. Sieht so gleich schon wohnlicher aus. Ja, erheblich, erheblich. Ich fühle mich gleich wohl hier. Jetzt noch irgendwo eine Gardine aufhängst oder so? Nach da oben. So, ich glaube, jetzt hole ich mir erst mal ein bisschen Stein. Wer wohnt hier? Was wird das hier? Weiß ich gar nicht. Vielleicht gehört es zu Julia noch. Das ist Julia, ja. Wo hat die ihr Haus? Darunter wahrscheinlich. Zumindest sieht das so aus, als wenn du auf dem Dach gerade rumläufst. Oh. Also hat die auch einfach nur eine Höhle. Ich glaube, sie weiß es selber noch nicht. Oben sind zwei Betten. Für wen war das zweite? Das sind die Kisten. Bist du auf dem Berg? Ja, die habe ich schon geplündert, die Kisten. Da findest du nichts mehr. So. Ja, okay, gut. Eben mal nachschauen. Jetzt wieder die 500 Meter Reise zurück machen. Das geht doch noch, solange man sich nicht verläuft. Was war das nochmal? Minus 90? Da muss ich erst meine Fahne gucken. Weißt du, das Gute ist, du kommst hier gar nicht runter. Ich komme nicht runter? Wieso hast du die Treppe abgebaut? Nicht ohne dir weh zu tun. Es gibt keine Treppe mehr. Ich habe die abgebaut. Ziel erreicht. Yay. Sorry. Müssen wir nur noch zu Mauern oben. Ey, das ist gemein. Versucht das hier gerade ein bisschen schöner zu machen. Und du meinst, das hilft, wenn du mich aussperrst, oder was? Ja. Ja, ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht. Das. Wuhu. Boah, ich habe gerade einen Schankaufbaufehler und sehe gerade unter deinem Haus eine Schlucht voller Fackeln. Unter deinem Haus rum. Äh. Ne, von. Moment. Eben kurz die Namensliste von Schoninia. 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 Mein. Voll. Was siehst du nicht? Ne. Bei mir baut sich der Chunk nicht auf, wo du drauf bist und unter dir ist irgendwo eine Schlucht, die voll mit Fackeln zugestellt ist. Eine Schlucht oder sind das wieder so Strip-Mining-Gänge? Eine Schlucht. Eine natürliche. Hier außen ist schon alles abgefahren. Aber mit Fackeln eine natürliche Schlucht? Ja, da war wohl schon jemand. Genau. Also in dem Haus, was vorne ist, da sind doch ganz, ganz viele Schafe, auch bunte Schafe. Ähm, da war auf jeden Fall ein Gang, da war ich vorhin drin, ähm, mit einem ewig langen Schacht, der nach unten geht. Und der war mit, mit, mit Fackeln auch ausgelegt. Also vielleicht ist das ja der, den du gesehen hast. Bestimmt, ja. Übrigens ist ja Julian so raus, also sind wir ja die Letzten, die gerade noch hier sind, glaube ich. Das heißt, wir müssen das Licht ausmachen nachher. Ne, das heißt, dass ich euch ja dazu ermutigen kann, ermutigen kann dazu, dass ihr mal ins Bettchen geht. Ja, wir haben nur keins. Tadimm. Aber du kannst dich auch einfach so ins Bett legen, dann, sobald du stirbst, äh, spawnst du wieder da. Musst dich direkt in den Schlaf, nun muss ich noch einmal reinlegen. Ah, au. Ich hätte nur trotzdem gern Tageslicht. Aha. Wird überbewertet. Ja, finde ich auch. Dalu hätte es jetzt erschietet. Ja. Dalu. Dalu ist aber nicht da. Genau, und deswegen gibt's kein Licht. So wie der bei uns gibt's eh kein Licht bald. Habt ihr gesehen am Spawn, ne? Ja. Wenn ihr nach oben... Ja, ist wunderschön, ne? Mir gefällt jetzt quasi diese Stadtmitte nicht mehr, weil die halt komplett im Dunkeln liegen da also. Müssen wir mal ne Petition machen. Dalu reißt seine Wolke weg. Auf jeden Fall. Für klares Wetter. Dir ist klar, dass es gerade nur dunkel ist, weil die Sonne nicht scheint, ja? Gegen Luftwahrschwahrzeug für klares Wetter. Wettet die Wale. Können wir ja demonstrieren. Ja, können wir ja Schilder ausdenken. Schnappen uns bei alle Schilder. Und keiner sieht's. Brauchen wir mal eben kurz eine Krimskrampfkiste, ja? Wettet die Bäume, esst mehr Biber. Genau. Soll, das hätt schon gereicht, mal Kondo, komm mal. Lenja. Hit. Komm mal. Ja, ich komme. Ist das okay? Okay. Denk schon, oder? Das passt. Das denk ich auch. Das passt, das passt. Mach jetzt wieder die Stufen hin. Ja genau, mach mal die Stufen hin. Und dann lass ich das, äh, die Treppen Treppen sein. Und dann lass die Treppen ruhen. In Frieden. Rest in Peace. So. Die sichere ich jetzt erstmal die Werkzeuge. Geh ein bisschen Monster kloppen. Aber nicht mit so viel Brot. Im Moment. Das kostbare Brot, das verloren geht. Ja sicher. Äh. Was mach ich denn? Nicht craften. Wie macht man denn Brot? Aus Weizen. Drei Weizen nebeneinander. So simpel. Ja. Die musst du erst zum Mehl malen. Back hoch. Wasser oder alternativ kannst du auch Milch nehmen, falls du Milch beobt möchtest. Die machen wir nochmal an Amboss. Erstmal brauch ich einen Eisenblock wahrscheinlich, ne? Eisen. Blöcke. Ich brauch drei. Drei Eisenblöcke? Ja, ich meine ja. Ja, drei Eisenblöcke und vier Baren. Die Blöcke nach oben. Ein Baren in die Mitte und drei nach unten. Werde mich nicht alles täuscht. Musst mal probieren. Ja, das ist wichtig. Ja, ich hab. Bonnet hat genau gereicht mit, mit, ich weiß nicht, wie viel ich im Inventar hatte. So, denn ich will mal. Ach nein, ich hab ja schon einen Amboss. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich hab das Brot noch da. Ist mit deinem Brot alles okay? Ja. Sehr gut. Oh Mann, heute werde ich verpeilt, ey. Ach, Quatsch. Hält überhaupt nicht auf. Also auf. Ein Haus, das quadratisch ist, sieht doch bestimmt langweilig aus, oder? Auf jeden Fall viereckig. Kannst du ja mal versuchen. Ach, ich, ich hab zu wenig Erfahrungspunkte. Ich wollte mein Brot umbenennen in irgendeine Brotmarke. Echt, kann man das Brot umbenennen? Ja, du kannst doch alles umbenennen. Ja, wieso nicht? Ja, super geil, wenn du, wenn du das Futterst. Und wieder zurück ins Haus. Ich hab jetzt zu wenig Brot mit. Nimm aber wirklich gar nichts. Nennst du so Balsen oder Leibniz? Ja, genau, das ist so Weizen. Das ist so hohe Weizen und ich hab nur Haferflocken. Frühstücksflocken oder irgendwie sowas. Kebswands, Miam Miam Flakes. Miam Miam Flakes. Miam Miam. Warum schlägst du so Blasen? Den Kuchen nennst du einfach um eine Torte. Torte. Alle verwirrt. Was hast du für Blasen? Du hast Blasen, du schlägst Blasen. Ja, das kommt, weil ich Gammelfleisch gegessen habe. Achso. Konntest du wieder nicht lassen, ja? Ja, ja. Ich musste wieder meiner Lust frönen. Aber so ein Döner ist halt so lecker. Du Döner, Pferdedöner. So, was mach ich denn jetzt? Oh oh, oh oh, oh oh, zweieinhalb Leben. Erstmal ein Brot hinter die Kiemen. So lange du dein Brot hast, kann dir nichts passieren. Jedes dritte Wort in den Folgen ist Brot, glaub ich. Ja, Brot oder Verlauf. Brot oder minus 90. Ja, genau. Oh, da ist ein Kondor. Mal Kondor. Ja. Du müsstest jetzt hier mal gucken. Ich glaub, hier hat man sich sofort an. Oh ne, geht noch. Wir haben dich heute angegriffen. Mulen, ja, was wolltest du jetzt? Guckst du mal da. Guckst du hier. Guckst du hier. Ah. Guckst du rein, kannst du rausgucken. Guckst du da rein, ja. Nee, kommst du rein, kannst du rausgucken. Kommst du rein, kannst du rausgucken, ja. Äh, okay. Wir haben Konstrukt. Das ist ein Konstrukt. Was du da konstruktierst. Weißt du, was wir jetzt gleich machen? Wir gehen auf der Suche nach Kühe. Auf der Suche nach Kühe. Wir gehen jetzt auf der Suche nach Kühe. Aber wenn wir mal das Kühe suchen, ja. Und wie findest du der Konstrukt? Den find ich voll klasse. Tickoretschliff, ne? Leck. Klopf, klopf. Hallo. Seid ihr noch am Aufnehmen? Ja. Du warst dabei? Nein. Ein Störenfried kommt in die Runde. Ach, solange es du bist. Wir haben uns schon gewundert, wem dein zweites Bett gehört. Ach so, ach, das habe ich nur dazu gestellt, weil die Nance mich besucht hat. Ach ja. Ist der Nance aber doch richtig.